Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Projekt! Let's Play Portal 1! Ich hab's noch nicht angezockt, ich hab's nicht mal getestet, nur die Audio-Einstellungen eingestellt und so und die Qualität und so und neue Spiel starten. Lade-Daten! Ladido! Ich bin wirklich gespannt, es ist nämlich komplett blind für mich und es ist ja... Außer wenn es jetzt eine neue Aufnahmemethode ist, dass ich jetzt die 14 Minuten aufnehmen, circa, dann direkt in HD hochladen und dann lachen. Ok, wir sind hier! Hallo Radio! Wow! Hallo Ding! Hallo Tasse! Ups! Hallo und noch einmal willkommen im Computer gesteuerten Enrichment Center. Frau Kappertius, meine Hoffnung, ihr Kunden aufgeteilt in der Entspannungskamera angeheb. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Das ist schön. Ich bin wirklich, dass Schwarz und Lernens bei dem Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen. Dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie auf keinen Fall etwas... Wurf... ...und verlaufen und auch will feiern... ...muchos kratias und verletzten. Das Vorteil öffnet sich in 3... ...2... ...1... ...muchos kratias, genau... Oh, ok, man sieht also hier uns... ...hört... ...ok, das sieht schon bekloppt aus. Was haben wir denn in den Füßen? Bein... Öh... Öh... Ok, was jetzt noch wichtig ist, Leute, ich muss kurz das an den Audioeinstellungen ändern. Und der backst grad mal so richtig rum, das Audio. Sehr leiser. Untertitel hatte ich aber an. Dialoge ist so... Ladidu! Hallo Kamera! Ich nehm dich mit! Kamera! Na ja! Ja! Dann nicht! Die Mausempfindlichkeit passt eigentlich soweit. Oh Gott, wir werden vor ein Problem gestellt! Oh mein Gott! Wie geht das? Nein! Ok! Ich nehm das den mal mit! Und... Bumm! Pro! Gut gemacht! Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse! Achten Sie zunächst jedoch auf das Reuchtmachitelfeld vor dem Ostern! Ich hab... ... 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 Bitte stellen Sie den Beschwerden-Speicherkurs auf den 1500 Mbps für das Super-Kollision-Spotop. Das ist der Schleuse, da ein Test kein anderer, dass vor einem am Graz vorgesehen ist. Der Schmack von Blut nicht Teil des Test-Protokolls hält, sondern ein unerwünschtes Material-Auflösungsgitter von Cappeteer-Files, das in manchen Fällen Zahnschlungen, Kultus, Zahnschläge und Zähne auflöst. Hahaha, super! Ja! Okay, wir haben jetzt wieder ein Ding, das uns die Portale schießt und ich gehe da jetzt mal auf. Sehr gut. Sie verfügen nun über das komplette Portal-Gerät von Abitur Science. Trink mir das jetzt? Da können Sie eigene Portale schaffen. Diese interdimensionalen Tore sind vollkommen sicher. Das Gerät allerdings nicht. Behören Sie nicht zu ein aktives Ende. Blicken Sie nicht wirklich auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit für Sicherheit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät ausmufen. Ich krieg mich, 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 ich weiß, dass ich mich kriege, ich bin gut. Ich krieg mich! Ah! Nicht! Puh! Das war's, oder? Tschüss! Ich bin jetzt in den falschen Lift eingestiegen und es geht wieder nach unten. Ne, es geht nach unten. Okay. Pass. Kurze Ladezeit vermutlich wieder. 5 Sekunden oder so. Und ich hab mich auf die Uhr geschaut. Ich bin ein Held. Ich schätze einfach mal, wir sind so bei 5 Minuten, 6 Minuten und... Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, ich hab's geschafft! Okay. Das war unnötig und... Hä? Hä? Hehehehe. Habe ich doch gar nicht. Das ist gar nicht meine Absicht hier. Zur eigenen Sicherheit, verschirren Sie keine Testparate. Ich hab's verstanden. Sehr gut. Übrigens, der Tag der Offenbücher für Füchner bietet sich an, um auch die Teste zu lassen. Stirb! 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 Willkommen in Testkammer 4. Sie ist alles schlecht. Loll, geht das? Willst du das Gewicht benutzen? Nee, dachte schon. Kuss! Nein! Okay, das hab ich mir anders vorgestellt. Da läuft Noob-Methode. Müsst du den mal bitte mit? Danke. WTF? 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 Ooooooh! Gibt's jetzt? Danke. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolles wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind doch ganz kurz nicht gestellt. Für die... WTF? Mann, bin ich gut. Ich verreck schon in der Testkammer, dem Spiel, wo man eigentlich nicht sterben kann. Fast nicht kann am Anfang. Oh, das Licht! Liiiicht! Liiicht! Okay. Moment. Moment! Oh, ich wollt noch was schauen. Oh, da leuchtet schön. Leuchte, leuchte! Oh, und sind wir jetzt ca. bei 10 Minuten, würd ich sagen. Wunderbar geschätzt. Weil ich so awesome, awesome bin. So, du, du, du! Was gibt's denn da? 05! Mir kann ein Kopf auf den Kopf fallen. Das ist total hilfreich. Hm! Was hat mir das jetzt gebracht? Gar nichts. Deswegen bin ich jetzt hier. Das hat mir jetzt gebracht, dass ich den nehmen kann. Uh, spring ich da runter. So. Oh, noch einer. Ach so, Moment. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerführen Sie keine Test-Aberaten. Ich dachte, ich bin unaufsichtig. Unbeaufsichtig. Was soll ich noch? Den nehm ich mit. Ich mag den. Als Teil eines festen Test-Protokolls war die furige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Was? Nicht echt? Oh Gott. Verbot. Als Teil eines festen Test-Protokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, 1, задач基meg précision, auf einmal mich anziehen. Oh, dann hast du auch Waterloo genutzt gew erhalten. Gar nichts mehr dann, sag mir jetzt gleich nur das was. Wer denkt kein was funktioniert, fühlst du. Dann habe ich noch Zeit. Zeit haben wir noch hier drei Minuten, was sag ich jetzt mal. Die Testkammer noch und dann den ersten Schnitt hier. Kugel muss auf den... Sicherheit ist bereits der Ziel des Enrichment Centers. Doch die Energiekarte von Apricos Science liegt von der Kammer. Kann da urhafte Schäden. Das ist unglaublich. Sie, so leckerlicher, sind wohl der Scholls von so geht nun auch hier. Hm. Bin ich immer... Ich dachte eigentlich, dass hier irgendwas ist. Secret mäßig. Wahrscheinlich nicht. Ja Leute, das war's auch schon mit dem ersten Part von Portal 1. See ya. See ya. See ya. Ich warte noch, bis ich da draußen bin. Da 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 da.